Herzlich Willkommen bei Snowbrunner, mein Name ist Christian in der Stadthausen und ich begrüße euch herzlich bei einer neuen Folge von Folge 36 und somit starten wir direkt durch und bevor es los geht, liken, kommentieren, abonnieren, euer Feedback ist wichtig und so weiter, kein Wort. Gut, ja, also ich bin richtig motiviert, ihr erkennt und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Wir sind auf der Playstation 4 und wir sind beim Wachtturm stehen geblieben und fahren direkt jetzt hier weiter, holen uns den Chefvolleyer, den wir da hinten abschleppen müssen, dann fahren wir hier weiter, tun die Wachtturm vorbei und dann wieder zurück und dann geben wir das Ding ab und somit haben wir eine weitere Folge, also eine weitere Mission abgeschlossen. Ja, was uns jetzt hier alles erwartet, beim rostigen Erbe, werden wir sehen, würde sagen, let's go, Sprit haben wir genug, sollte genug sein, hoffe ich, und dann werden wir mal sehen, was uns jetzt noch alles erwartet, ob wir diese Folge mal umfallen oder auch nicht, ich hoffe es mal nicht, weil der Geist von Patrick ist überall, er ist allgegenwertig, deswegen müssen wir echt aufpassen. Na ja, ihr merkt es, man merkt es hier schon, hier ist es sehr ruckelig, definitiv, dann Baum, den wir mal weg, das sind Sachen im Weg, das wollen wir nicht. So, und somit, ja, hier ist auch irgendwas zum Einladen anscheinend, okay, auf jeden Fall, hier ist noch eine Mission, neue Mission entdeckt, rostiges Erbe, ja, sollen wir nun hier herzen, das müssen wir ja gucken, okay. Warum ist die Mission hier, warum ist die Mission hier so permanent so oft zu sehen, ich verstehe das nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit müssen wir reinfahren, um den anzubringen. So, sollte das lang? Sollte lang. So, wir ziehen den jetzt erstmal her, und probieren wir jetzt rauszukommen. Genau. Läuft doch super, super. Herr. So, das rostige Erbe. So, umschalten. So. Gut, dann bringen wir den jetzt zurück. Fahren natürlich am Wachtturm vorbei. Tun den auch noch einkassieren. Und somit, ja, läuft so alles gut. Was da hinten ist, weiß ich nicht. Will ich jetzt erstmal auch nicht wissen. Aber wir können ja mal ganz kurz auf die Karte checken. Scheint der Rand der Map zu sein, anscheinend auch da nichts zu sehen. Vielleicht ist da irgendwas, aber für uns momentan nicht von Relevanz. Deswegen fahren wir direkt weiter. Oh, okay. Was ist denn das denn? Ich gucke. Ach, wir wollten diese Häuser bauen anscheinend, auf der linken Seite hier. Hat anscheinend doch nichts gebracht. Motor starten. Okay, weil das Auto zu tief im Wasser war. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Bitte geht's. Genau. Da ist auch ein Anhänger. Und dann ein LKW. Ist das ein LKW? Kann man den einsammeln? Das wäre ja richtig klasse. Das sieht doch richtig gut aus. Das ist auch übelst lang. Oh my god. So. Mission entdeckt. Kein Land für alte Trucks. Okay, annehmen. So. Das sieht ja richtig cool aus. Den würde ich haben. Also, da ist der, okay. Repariert im Western Star 6900 TS Belohnung. Okay, um den zu reparieren, brauche ich dann wahrscheinlich was. Aber es sieht cool aus. Macht was her. Hat auch eine lange Ladefläche hintendran. Also, müssen wir mal gucken, wie wir das Ding reparieren. Bergen gerade verwenden, nee. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich das Service-Ding holen und hierher bringen. Gut, dann auf jeden Fall in den Western. Vielleicht finden wir das Ding hier unterwegs. Wäre ja auch nicht verkehrt. Auf jeden Fall haben wir... Wow. Die Mission definitiv mal angenommen, hoffe ich. Hammer, ja, okay. Kraftstoff-Status braucht der. Und Reparatur auf 48%. Da werden wir auf jeden Fall mal schauen. Kraftstoff haben wir auf jeden Fall. Da haben wir noch einen großen Anhänger. Den können wir da hinsetzen. Um aufzutanken. Oder wir holen unseren. Das Ding ist aber irgendwann halt auch leer, ne. Wir müssen halt irgendwie jetzt hier ein bisschen planen, wie man am besten mit den Tanks hier ordnungsgemäß umgehen kann. So. So. Beobachtung starten. Szene überspringen. Nope. So. Jetzt müssen wir einfach nur geradeaus weiter. Upgrade-Standort entdeckt. So. Bevor wir jetzt weiterfahren, check ich doch lieber mal die Umgebung. Upgrade ist hier hinten. Da waren wir ja schon mal. Das ist gar nicht so schlecht. Und mehr ist hier auch nicht zu sehen. Ja. Wir müssen wieso dann irgendwann mal da langfahren. Um den LKW zu reparieren, müssen wir dann irgendwie das Ding von den Service-Dings da zulegen. Und hierher bringen. Das wird auch wieder so eine Prozedur, wo ich sagen muss, auch nee, nicht schon wieder durch den ganzen Schlamm und so durchfahren. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Aber was braucht. Ist aber vor allem. So. Gut, okay. Wollen wir mal weiterhauen. Das sind auch noch meiste Bäume im Weg. Zahn aber mal sicher als hier lang. Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ruhig. Ich frage mich gerade, habe ich die Zeit überhaupt gestartet? Ja, habe ich. Okay. Da fahre ich nicht durch. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Läuft doch, Leute. Läuft, oder? Läuft doch super hier. Boah, 15 Schaden. Verdammt. Ob es überhaupt möglich ist, alles auf einmal kaputt zu machen? Das ist eine gute Frage. Wir machen einfach mal Allrad das mal aus. An dem Weg kennen wir ja eigentlich. Also sollte das ja eigentlich das Problem sein. Ja, der Royal TS hier ist so richtig ein Biest, sag ich mal so. Von dem, was ich momentan habe. Klar, ich könnte den auch den Navy Star nehmen. Aber ich finde irgendwie, der Royal TS hier macht seinen Job bis jetzt sehr gut und kann mich nicht beklagen. So, wir fahren hier rein. Bam. Und wieder abgeschlossen. Sehr schön. Einmal wenden, bitte. Wird, eine weitere Mission abgeschlossen. So. Würde ich jetzt einfach mal sagen, wir bleiben mal kurz hier stehen. Wir müssen jetzt wie so hier rechts rein, merke ich gerade. Und da würde ich jetzt einfach mal checken, was jetzt so alles so schönes hier gibt. Aber, ja, die Uhrzeit können wir noch lassen. Es ist doch noch ein schönes, schönes Farbspiel momentan hier in dem Spiel. Wenn wir momentan, also, sieht doch richtig klasse aus. Also, macht ja auch seinen Job gut. Das Spiel, definitiv. So, kann man hier drin irgendwas machen? Ich fahre einfach mal rein. Scheint hier nichts anderes zu sein. Okay. Schade, dass es hier keine Tankstelle gibt. Oder eine Werkstatt. Die Frage ist, können wir auch zu der anderen Map fahren? So. Drüben ist jetzt ganz schön viel gelb. Mehr sehe ich gerade. Dann fahren wir einfach mal rechts. Was steht da? Warenhaus. Okay. Okay. Brauchen wir jetzt mal nicht. Ich fahre erstmal hier lang. So, haben wir hier auch. So, Anhänger-Shop. Aha. Okay. Anhänger-Gedekt. Tankauflieger. Nachtanken. Aha. So. Und weiter geht's. Voll beladen. Talentsach. Und jeder steht mir schöner. Machen. Nein, nein. Es wird kein Bein. Voll gepackt. Ja. Und jeder hat das. Wir kennen das Lied. Ja. Ja. Da müssen wir jetzt hier gleich rechts rein. Seilwinde. Nur ins Trade rein. So, ok, dankeschön. Das hat's schon gelangt. Da da da. Ok, dann Seilwinde lösen. Teilrad wieder aktivieren und Rückplatz raus. So. Einlenken. So, was ist denn hier eigentlich? Aua! Man könnte das hier auch denken, als wäre das eine Werkstatt oder so. Wäre auch nicht schlecht. Aber leider ist das hier nicht der Fall. Das ist noch ein komisches Warenhaus-Lager. Schade. Ok, wir checken mal die Karte. So, hier hinten haben wir noch... Oh, guck mal, was ist hier ein Pirschenauflieger? Aber hier hinten gibt es ja gar nichts. Das ist ja... Was ist das hier eigentlich hier hinten? Das macht ja gar keinen Sinn. Na säke Müll. Da waren wir ja schon. Da haben wir noch... noch zwei... noch vier Stück. So. So. Gut. Ok. Ja. Äh... Anhänger-Shop. Ok. Ein Pirschenauflieger. Nehmen wir den einfach mal mit. Was ist denn da überhaupt drauf? Betonplatten. Und... Metall. Ok. Aber das Problem ist... bringt mir nix. bringt mir einfach grad ganz und gar nix. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen... Lassen wir den hier einfach mal stehen. Den werden wir schon irgendwann mal benötigen. oder wir können den einfach mal mit ihm kommen. Wir nehmen den mit. Ja, das Problem ist... dann müsste ich den ganzen Weg zurückfahren... um den abzugeben. Ich würde jetzt eher gerne sagen... Checken wir mal kurz die Liste hier. Stromleitung. Ok. Metallplanke. Ok. Kann man von hier holen? Von der Holzstation. Hä? Ok. Müssen wir dann da rumfahren. Gefallener Pfahl. Ok. Dann dahin. Metall, 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 Metall. Müssen wir noch ein paar mal Metall holen. Wir könnten hier... noch zweimal einladen. Dann einmal hier. Warte mal. Kann man eigentlich... Ne, scheiße. Wir können ja nicht hier rum. hier rum. Dann müssten wir hier her fahren. Dann hier runter. Hier rüber. Dann hier lang. Dann einladen. Dann die Emission. Und dann die Emission machen. Und dann so. Joa. Könnten wir eigentlich mitnehmen. Könnten wir einmal ablegen. Und dann fertig Sache. Joa. Wäre gar nicht so verkehrt. Stromleitung. Ok. Was haben wir hier? Alles gesperrt. Auch alles gesperrt. Schade. Beendte Hafenlieferung. Das ist alles mit einer Talsperre. Ok. Ja. Da kommt dann immer den einfach mit. Weil da haben wir einmal Metall drauf. Dann machen wir den anderen Mist alles weg. Brauchen wir das eigentlich dann auch nicht. So. Halt. Anhänger ankoppeln. So. Dann würde ich sagen... Fracht... Entladen... Fracht entfernen. Ja. So. Gut. Aber bevor es los geht, machen wir nochmal die Uhrzeit hier. Kann man gerade ansehen. Dann mal wenigstens schon mal einmal. So. Da würde ich sagen... Machen wir erstmal die Mission aktivieren. Annehmen. So. Gut. Dann auf geht's. Und auf dem Weg dahin... Können wir ja schon mal eins abliefern. Sozusagen. Dann haben wir das ja schon mal. Da haben wir schon mal eins von drei. Dann landen wir in die Großen. Und dann beim... Beim Holzlager, sag ich mal so. Auch wenn das Holzlager so heißt. Äh. Können wir dann dort dann Endeffekt... Äh. Äh. Mit der anderen zwei holen. Und dann halt weiterfahren. Und dann halt weiterfahren. Dann haben wir schon mal eine Aufgabe... Für diese Session. Und wenn wir das hier abschließen... Dann hätte man auf jeden Fall eine Mission weniger... Für diesen Bereich... Äh. Ja. In dieser Welt. Und vielleicht können wir die Mission ja schnell abschließen. Ich muss definitiv auf jeden Fall noch... So die Talsperre... Wegen den Serviceanhänger... Weil wenn es sich... Wenn ich jetzt hier keinen finden sollte... Dann würde es mir dann Endeffekt auch nichts bringen. So. So. Auf geht's. Auf jeden Fall ist es... Diese zwei Folgen... Eine sehr produktive... Auf... Folge definitiv. Und... Ja. Macht dann auf jeden Fall schon mal viel Sinn. Mit früh... Jetzt ein linken. So. Prima. Machen wir jetzt hier links rein. Noch 200 Meter... Dann können wir die erste... Metallplanken... Abliefern. Und ich fahre halt immer noch mit dem Kaputenreifen. Der kann, der kann, ne? Alle? Ich... So, abliefern, so, und weiter geht's, eins haben wir schon, von drei. So, jetzt müssen wir einfach gucken, wo wir hier runterfahren. Nicht da, definitiv nicht, ich glaube da vorne ist es gleich. Ja, hier haben wir es. Wir gehen jetzt hier runter. Das ist doch super. Oh, der Baum. So. Weiter geht's. So. 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 Ich muss selber mal checken, wie viel Geld haben wir eigentlich? 8.000? 81.000. Das ist nicht viel. Wir brauchen mindestens 100.000, um den LKW zu kaufen, den ich umgeben will. Das sieht meistens irgendwie immer so aus, als wäre hier eine Startrampe oder so für Raketen oder so. Das wäre lustig. So, und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder gerne Wünsche habt, dann einfach mal ab in die Kommentare. Und somit würde ich dann einfach sagen, ja, freue ich mich, wenn ihr irgendwelche Tipps oder Tricks habt, die mir vielleicht weiterhelfen. So, dann sind wir hier da. Dann checken wir mal, ob wir hier dann die zwei Metallplanken reinsetzen können. So. So. Detailplanken. So. Voll beladen. So. Also. Wir müssen dann auf jeden Fall noch da rüber. Da müssen wir hin. Die Frage, wie fahren wir denn? Ich sage, wir fahren erstmal hier hin und das abliefern. Und dann haben wir das wenigstens schon mal hinter uns. Und dann würde ich sagen, dann fahre ich dann wieder hier zurück. Du den, äh, sozusagen den Anhänger abkoppeln. Und, ja, würde ich dann bergen lassen, zur Talsperre zurück, den Serviceanhänger holen und, ja, jetzt schauen wir erstmal, ob wir da vorne überhaupt wenden können damit. Ist ja auch so eine Sache, ne? Much more music. Wer diesen Text kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Mal gucken, aus welcher Zeit der Videospiele-Ära ihr seid. So, jetzt müssen wir hier gucken, wie wir den Wendekreis nehmen. So, einmal das. Jetzt wird das ein bisschen knifflig. Das ist einfach nicht wegbewegter Anhänger. Ich glaube, wir müssen das anders machen. Ich habe eine Idee. Warte mal, passt mal auf. Wir nehmen den ganzen Anhänger und schieben den einfach in den Sumpf rein. So, einlenken. Die Anhänger rauszuziehen ist, glaube ich, einfacher wie den LKW aus dem Sumpf. So, um den Pfeiler herum. Und Gas geben. So, kurz einschlagen. So, und weiter geht's. Und wieder zurück. Ja, manchmal muss man ein bisschen mitdenken und dann nicht gleich auf den ersten Weg gleich in die erste Route nehmen, sondern man muss erst mal sagen, okay, hey, warte mal. Aber was ist einfach rauszuziehen? Ein LKW oder ein Anhänger? Ein Anhänger natürlich dann. Hättet ihr wahrscheinlich auch genauso gemacht. Wäre ja keine Frage in dem Schritt. Ja. Aber was wäre jetzt, wenn ich das genau andersrum gemacht hätte? Ich hätte erst den Anhänger, also erst den LKW in den Sumpf geschmissen. Und der Anhänger steht auf der Straße. So 76 Prozent. Ich überlege gerade, ob ich den einfach, ob ich den Mission jetzt noch schnell machen soll. Die Frage ist bloß, wie weit ist der Weg noch dafür dahin? Wird das denn überhaupt noch ausreichen? So, wir halten einfach kurz an. So, wir checken kurz die Karte. Wie müssen wir denn eigentlich fahren? Wir müssten dann im Endeffekt hier lang fahren. Pritschenaufflieger hätten wir hier nochmal. Und dann müssten wir dann im Endeffekt auch rüber. Das wird knapp. Oder wir hätten auch hier lang fahren können. Dann hätte ich gleich den Wachtturm machen können. Dammit! Wieso fahre ich denn so dumm? Okay, weiter. Alles klar. Wir fahren nochmal zurück. Boah, jetzt ein Fehler von mir. Ich habe nicht nachüberlegt. Aber nobody is perfect. So. Da lang. Oh. Oh. Und vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht findet man hier noch einen Tank auf Flieger. Auf Flieger. Ich weiß nicht. Flieger. Liger. Ach. Tank-Dings. Bums da. Pille-Palette. Jetzt hier rein. Wir machen einfach mal ein Rad aus. Vielleicht bringt der Sprit dann ein bisschen mehr raus am Ende. weiter. Noch ein kleines Stück nach vorne bitte. So. Fangen wir kurz zum Wachtturm hoch. mit. Genau noch mit. Oh. My. Gosh. Brutal. So. Also. Wir haben hier noch eine Mission. Konzernwachstum. Dann haben wir hier Upgrade. Und das war es wohl, wa? Und hier auch noch. Umgestürzte Antenne. Also wieder ein paar neue Aufgaben. Holzblanken. Aha. Okay. Zur Südbrücke. Können wir wahrscheinlich auch da dann fahren. Hm. Dann nix mal vielleicht. Gut. Alles klar. Gut. Da würde ich sagen. Zurück. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das ist... dann geht es auch weg. gut gucken wie weit wir jetzt mit dem sprit jetzt kommen wenn es nicht funktioniert dann tun wir uns bergen lassen und dann den so genannten service anhänger und drüben vom berg eine talsperre und nun bringen den auch hier rüber und dann können wir dann einiges erreichen sieht auch sehr schön aus hier 23 da hinten ist auch noch irgendwas drauf das sieht sogar gut aus das schafft wahrscheinlich sogar aufgabe annehmen das wäre so richtige stufte wenn wir das jetzt noch hinkriegen in den letzten metern die wollen uns fahrten kommen jetzt zieht sich doch mal raus und ich habe gesagt wir schaffen das noch wir hätten das geschafft wenn er sich nicht reingefressen hätte alles klar anhänger lösen seilwinde funktioniert ja auch nicht mehr gut also ja da vorne wäre das ziel gewesen normalerweise hätte es noch gereicht wenn der scheiß hier vorne nicht gewesen wäre deswegen bergen wir unseren lkw ab zur talsperre wieder zurück und ja dann würde ich sagen in der nächsten folge werden wir dann definitiv dann ja sozusagen die sachen dann holen besorgen aber ich denke mal um da hinzufahren werde ich dann auf jeden fall den äußeren weg nehmen und nicht den in der mitte weil wenn ich jetzt noch einen anhänger dazulegen brauche ich eigentlich nicht oder so gute frage ich überlege gerade ob ich ihren anhänger kommen soll kraftstoff den haben wir auch doppelt anscheinend können wir einmal verkaufen kofferbau dieser genormten mehrzweck aufbau eines metall verfügt über alle werkzwecke und superteile für die die für ort reparatur notwendig sind genau das brauchen wir dann in der effekt kostet uns 4500 ok muss ich sagen aufgeht let's go kaufen bleibt ja nichts anderes übrig oder ein anhänger was würde jetzt mehr sinn machen das problem ist wenn ich den jetzt drauf lege und rüber fahre kann ich dann nicht mehr das andere machen müsste ich wieder zurück sporten und dann wieder das andere drauf schmeißen ich würde eher klatsch sagen wir lassen das einfach so mal stehen gehen raus und holen uns einfach einen anhänger weil die anhänger können wir immer wieder transportieren und besorgen weil wir hätten auch einen anhänger da drüben kommen können eigentlich scheiße wenn ich jetzt gerade überlege ich hätte eigentlich auch tanken können wieder zurückfahren können und dort kaufen und dann müsste ich den ganzen weg nicht fahren aber egal kommt jetzt sind wir einmal hier tiefenauflieger tankauflieger nein das war auch nicht wartungsanhänger service anhänger genau kostet ja nicht viel kommen wir ja hier zurückbringen so alles easy wahrscheinlich denkt ihr jetzt oh mein gott nein macht das nicht oder eigentlich wartet mal um sprit zu sparen könnte ich ja eigentlich dann rüber fahren drüben das ding kaufen ist ja eigentlich auch nicht so weit weg und von dort aus dann reparieren lassen dann könnte ich den einen lkw hier mitziehen mit dem tank wäre das doch viel logischer oder also da würde ich sagen in der nächsten folge fahren wir fahren wir was ist das da ist so einer guck mal den könnte man doch mitnehmen da brauche ich gar keinen kaufen ha 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 und außerdem haben wir hier auch noch hafenweise missionen verlorene säcke zum beispiel zement werzeuglieferung da müssen wir den abholen da ist auch noch ein upgrade den hier sammeln oder darüber bringen doof oder was michigan rennen haben wir hier noch ja da steht er unten und den kriegt man nicht raus gut belohnung hier kriegt man den lkw dann white western star 4964 okay da haben wir hier auch noch den ja den oder daraus ziehen müssten ich würde sagen wir machen in der nächsten folge einfach hier mal ein paar mission noch fertig und dann gehen wir wieder rüber und dann können wir das beim nächsten mal machen also in der nächsten folge machen wir die talsperre fertig und ja bis dahin würde ich sagen habt gehabt euch wohl liken kommentieren abonnieren würde mich freuen auf euer feedback denn so braucht es kein mod und somit verabschiede ich mich hiermit mit dieser folge haut rein bis zum nächsten mal euer christianische 3000 mit dem spiel snow runner auf der version 4 wieder schauen und reingehauen tja und vielleicht morgen dann morgen abend gibt es vielleicht eine überraschung also wenn ich da wenn ich das lauf aufnehme und für den samstag kriegt dann vielleicht eine kleine überraschung bevor der live stream startet ach ja noch zur info 16 uhr live stream von snow runner würde mich freuen wenn ihr dabei seid und wir müssen jetzt mal gucken ob wir die leute zusammen finden also dann haut rein bis zum nächsten mal euer christianische 3000 wieder schauen und reingehauen wieso läuft der motor eigentlich genau spritzschleiter kostet ja nichts